Keine Ansprache, Leute. Ich bin gerade wirklich zutiefst schockiert. Erinnert euch an dieses Video. Und jetzt kommt diese Schlagzeile. Ich könnte heulen. Mir fehlen einfach nur noch die Worte. Also für diejenigen, das Video dieses Jahr hat leider nicht so mega viele Aufrufe bekommen. Knapp 30.000 hier, 26.800. Es war ein Mann, nähere Bezeichnung oder ähnliches, hat man nicht bekommen in der Presse, der in Berlin, Moabit, im Stadtteil hingegangen ist und eine Rentnerin, 78 Jahre, an der Haustür geklingelt hat. Sie macht die Tür auf, unbedarft. Was denkst du dir auch? Vielleicht kommt die Post oder sonst was. Und geht auf sie zu und hat sie gewirkt. Hat sie reingestoßen in die Wohnung, so laut den Berichten, die man gelesen hat. Und hat sie nachher auch im Schwitzkasten gehabt. Die Frau hatte zum Glück die Chance, um Hilfe zu rufen. In demselben Haus wohnt ihre Familie. Die sind ihr zum Glück, ich muss mich wirklich zurückhalten, zur Hilfe gekommen. Und der Typ konnte fliehen. Die Polizei hat gute Arbeit daraufhin geleistet und hat ihn geschnappt. Kurz darauf, paar Stunden, paar Minuten später, irgendwie sowas. Nichts genaueres bekannt. Nimmt den Mann also fest, bringt ihn aufs Revier, erkennungsdienstliche Maßnahmen und so weiter. Und ich sage noch in diesem Video, jetzt wird er dem Haftrichter dann vorgeführt. Und wir können ja davon ausgehen, dass dann nichts passiert. Ich habe so lapidar gesagt, wird mit einem Kaffee passen, irgendwie mit einem Käffchen. Da wird sich mal unterhalten. Offensichtlich ist der Mann freigekommen. Offensichtlich ist er freigekommen. Denn wie ich jetzt gerade eben hier lesen muss, Frauenbürger kommt frei und vergewaltigt eine Frau. Die Berliner Staatsanwältin hat ihn laufen lassen, wie es hier heißt. Wie soll das weitergehen? Wisst ihr, Leute? Wir können uns jetzt hier wieder mal über einen neuen Einzelfall. Das sind natürlich nur Einzelfälle. Das müssen wir ja wirklich an der Stelle noch mal festhalten. Sonst werden wir hier als Schwurbler, als Verschwörungstheoretiker, als Bösehetzer, als NAZI und you name it. und zahlreiche andere Begrifflichkeiten an den Kopf geworfen. Aber die Realität sieht so aus, dass diese Vorkommnisse immer häufiger werden. Auch in Gruppen. Was wirklich für die Betroffenen noch un... Also ich will es mir gar nicht vorstellen. Und wenn jetzt die Männer unter euch sagen, ja, da trifft die Frau, da bin ich ja zum Glück noch ein bisschen vor. Es gab ja auch schon häufiger Vorkommnisse, wo das Jungs oder auch Männern passiert ist. Nein, Leute. Das ist wirklich alles nicht mehr normal, was in diesem Land hier passiert. Zitat. Dieser Fall bringt die Berliner Staatsanwaltschaft in eine Klärungsnot. Ja. Wow. Das sollen sie sich jetzt erklären. Wir haben jetzt hier die Lage ganz genau analysiert und wir konnten keine Auffälligkeiten schäst, denn er war noch nicht polizeibekannt. Und wir uns waren die Hände gebunden. Wir mussten es tun. Was nutzt das dem Opfer? Was nutzt das der betroffenen Frau? Die hat ihr Leben, ihr Leben lang mit dieser Situation jetzt zu leben. Es heißt hier. Am Freitag griff ein junger Mann in Berlin und Moabit eine ältere Frau an, erwürgte sie fast. Nach seiner Festnahme wurde er auf geheißte, zuständige Staatsanwältin, aber nicht dem Haftrichter vorgeführt, sondern auf freien Fuß gesetzt. Seine wiedererlangte Freiheit nutzte der Syrer, muss man denn hier die Nationalität nennen. Was für eine Verschwörungstheorie wird denn jetzt hier wieder wahr? Das kann doch wohl nicht wahr sein, Leute. Denn ich habe es extra bis zu dem Punkt hier weggelassen, dass man hier auch von einem Flüchtlings, Unterkunft für Flüchtlinge schon gesprochen hat, habt ihr vielleicht gelesen, wenn ihr genau geguckt habt. Wenn in der Presse doch von einem Mann oder von der Polizei auch, von einem Mann oder nur einem Täter die Rede ist. Seine wiedererlangte Freiheit nutzte der Syrer, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, für eine Vergewaltigung. Das ist ein Vorbild aus Sicherheitskreisen. Laut Polizei werden Zusammenhänge geprüft. Ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Familie der 78-jährigen Rentnerin die Frau genau davor bewahrt hat, was jetzt einer anderen Frau wegen der Freilassung widerfahren musste. Also ich glaube, das ist das Video, wo ich am meisten Sprechpausen drin habe, weil mir wirklich so ein Kloß im Hals hängt, weil es doch, ich will nicht sagen, vorhersehbar war, weil wir haben alle keine Glaskugel. Aber oftmals denkt man sich doch, hätte man nicht anders reagieren können, müssen, sollen, weil es doch offensichtlich war, dass so etwas wieder passieren wird, dass hier offensichtlich Menschen mittlerweile in unserem Land sind, die hier nichts zu suchen haben. Sagen wir es einfach mal so. Die ihren, wie sagt man, ihr Bleiberecht verloren haben. Ganz einfach. Es geht hier weiter. Der Rückblick am Freitag gegen 16.40 Uhr läutete es an der Tür der 78-Jährigen und als sie öffnete, wurde sie von einem 25-Jährigen brutal in die Wohnung gedrängt, in den Schwitzkasten genommen und fast getötet, wie es ja heißt. Schreie alarmierten im Haus lebende Verwandte, die den Täter nur mit großem körperlichen Einsatz von dem Opfer lösen konnten. Der Mann flüchtete und stahl einer Passantin noch eine Flasche Schnaps, bevor er schließlich an der Wiebestrasse festgenommen wurde. Bei dem Zugriff leistete er Widerstand. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Das kam ja noch dazu. Das muss man ja auch noch wirklich erschwerend dazu sagen, dass er sich gegen die Staatsgewalt, also die Polizei, wirklich massiv gewehrt hat und so sehr, dass er selber auch noch verletzt wurde und ins Krankenhaus musste und dort behandelt wurde. Da weiß man doch, um was es hier für einen Kandidaten geht. Und es ist unerheblich, ob das ein Sowieso ist oder ob der aus dem Land kommt oder das ein Deutscher ist. So jemand gehört weggesperrt. So jemand hat kein Recht, in unserer Gesellschaft auf freiem Fuß zu sein und offensichtlich eine Gefahr für andere Menschen darzustellen. Da heißt es aber weiterhin offenbar, erkannte die Bereitschaftsstaatsanwältin nicht die Gefahr des Mannes und lehnte eine Vorführung beim Haftrichter ab. Wie Bild erfuhr, soll der 25-Jährige am Sonnenabend gegen 17 Uhr in seiner Flüchtlingsunterkunft am Ostpreußendamm in Dichterfelde eine ebenfalls dort wohnende Frau hinter Schlossener Tür vergewaltigt haben. Dann flüchtete er erneut. Eine Fahndung blieb nach Bildinformationen bislang erfolglos. Großartig. Der Mann ist auch noch auf freiem Fuß. Also wer aus der Ecke Berlin kommt, passt bloß auf. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ich hoffe, das tun sie wirklich. Und ich hoffe, dass dieser Kandidat gefangen wird. Ich hoffe, dass dieser Mann einem Richter vorgesetzt wird, der klar denken kann, der ein klares Urteil spricht und dass hier nicht ich sitzen werde in wenigen Wochen oder Monaten und darüber berichten muss, dass dieser Kandidat psychisch nicht in der Lage dazu wäre, hier strafrechtlich relevant gehandelt zu haben, dass hier irgendwelche besonderen Umstände wieder einherziehen oder ähnliches Geschwafel wiederkommt und dem Opfer quasi damit ins Gesicht getreten wird. Ich kann es nicht mehr hören. Jetzt schreibt eure Meinung rein, wenn ihr neu seid. Lasst ein Abo da.